Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einer neuen Ausgabe des Toko Tokonomi Podcast. Dieses Mal soll es darum gehen, was sind eigentlich die stärksten Teufelsfrüchte in One Piece? Ein Thema, das uns schon seit Anbeginn der Zeit in One Piece beschäftigt und wir uns schon gefragt haben, ist eigentlich die Gummifrucht die stärkste oder die Dren-Drenn-Frucht und damals gab es halt nur zwei Stück davon. Ich habe mir natürlich einen Experten in Sachen Teufelsfrüchte eingeladen, den guten Bart Deku, der euch natürlich jetzt auch erst einmal begrüßen darf. Ja, was geht? Freut mich, dass ich mal wieder am Start sein kann und soll ich vielleicht direkt mal mit der ersten Frucht beginnen? Ja, definitiv. Also eine kleine Erklärung zu Beginn. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Wir haben uns separat überlegt, was für uns die stärksten Teufelsfrüchte sind und wir werden am Ende auch so ein kleines Ranking machen. Vielleicht überzeugen wir ja den gegenseitigen anderen Part von der Einsicht, was die stärksten Teufelsfrüchte sind. Aber leg mal los. Was ist deine erste stärkste Teufelsfrucht, über die wir reden sollten? Okay, ich beginne mal mit einem eher ungewöhnlichen Pick, würde ich sagen. Also nicht, weil das eine schwache Frucht ist oder so, sondern man hört diese Frucht selten in derartigen Formaten, würde ich sagen. Es geht um eine Frucht, die, ich sag mal, tödlich ist. Also du willst nicht gegen diese Frucht kämpfen. Es ist keine Frucht, die ich haben wollen würde in der One-Piece-Welt und zwar die Giftfrucht. Wir haben gesehen, wie Magellan mit der Giftfrucht die Blackbeard-Piraten, er hätte sie ausgelöscht. Er hätte sie ausgelöscht, wenn Shiryu sie nicht gerettet hätte. Also die Frucht ist brutal krass. Ich meine, Magellan hat auch Magenprobleme, das ist auf jeden Fall ein dickes Minus. Aber wenn es einfach nur darum geht, wie tödlich eine Frucht ist, dann denke ich, muss die Giftfrucht genannt werden. Ich habe tatsächlich auch die Giftfrucht aufgeschrieben. Du sagst es schon richtig, sie geht ein bisschen unter. Wir hatten sie im Grunde auch nur in diesem einen Arc. Und Magellan ist jetzt auch nicht wirklich der prominenteste Charakter. Ja klar, wenn wir mal hin und wieder Doflamingo sehen, dann sitzt er dort und ja, du hast es schon gesagt, er hat Magenprobleme. Was aber auch so ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass er Gift verspeist. Also er isst Gifte und die schlagen ihm dann halt eben auf den Magen. Ist natürlich die Sache, hat man dann Heißhungerattacken auf Gifte und muss die dann immer wieder in sich quasi kultivieren. Ja, und um damit halt dann auch eine andere Form von Gifte anzunehmen. Ähm, denn da sind wir ja wieder an so einem Punkt, dass Ruffy ja so eine gewisse Immunität aufgebaut hat gegen Gifte, was Caesar Crone ja auch später zu spüren bekommen hat. Ähm, aber du sagst es schon, es ist eine richtig böse, ähm, Teufelsfrucht. Aber ich denke, es gibt Möglichkeiten, diese zu besiegen, gerade so im Bereich Ryohaki, wo du den Gegner nicht berühren musst. Oder halt, wenn du, ähm, einen Counter hast, wie die Wachsfrucht, wo dann halt auch, äh, dir die Möglichkeit gibt, eben dieses Gift nicht zu berühren. Aber das musst du halt eben erstmal haben. Driffst du auf Magellan, du hast kein Ryohaki, du hast keine, ähm, Teufelsfrucht, die dich halt ein bisschen von dem, ähm, Gift abschirmt, dann hast du halt in dem Sinne verloren. Und du hast es schon richtig gesagt, die Blackbeard-Piraten hatten da das Nachsehen, die wären da am Ende gewesen, fertig, wenn Chirio nicht mit dem Gegenmittel aufgetaucht wäre. Also ja, definitiv, die Giftfrucht, man sollte sie nicht unterschätzen und wir hoffen natürlich alle, dass wir Magellan nochmal in Zukunft sehen, gerade wenn es zu einem zweiten Massenausbruch von, äh, Impel Down gibt. Hoffentlich in der, äh, nächsten Cover-Story. Ja, hoffentlich in der nächsten Cover-Story, aber hey, vielleicht geht ja Yamato noch nach Impel Down, wir wissen es nicht, äh, ich will es jetzt auch nicht callen, das ist ein bisschen ein richtiger Wildguess, aber da könnten wir zumindest die, äh, Blackbeard-Piraten wiedersehen. Und wenn wir schon bei den Blackbeard-Piraten sind, dann komme ich gleich mal zur nächsten Frucht, die vielleicht nicht Stärke im eigentlichen Sinne bedeutet, aber eine ganz bestimmte Stärke mitbringt, und zwar die Finsternisfrucht von Blackbeard. Und die ist ja im Grunde, ähnlich wie die Giftfrucht, so ein bisschen, ähm, ja, ein Hack, könnte man meinen, weil man ja die Möglichkeit hat, äh, Teufelskräfte der Gegenüber, solange man sie berührt, halt zu unterdrücken. So wie wir es bei Blackbeard gegen Boa Hancock gesehen haben und ich gehe auch stark davon aus, das wird am Ende auch ein Problem für Ace gewesen sein, warum er dann den Kampf gegen ihn verloren hat. Und man kann auf jeden Fall festhalten, sie hat eine große Schwäche. Die Finsternis zieht alles an, das heißt, jeder Schlag wird angezogen, da musst du dich natürlich gegen wehren können, beziehungsweise musst halt darauf gefasst sein, ähm, diese Schläge einzustecken. Und man fragt sich ja jetzt schon, wie wird Ruffy irgendwann gegen ihn kämpfen in der Nika-Form und sobald er ihn berührt, ja, ist er dann wieder der normale Ruffy und muss dann lediglich mit Haki gegen ihn kämpfen. Also ich denke, gerade die Finsternis-Frucht und wir werden mit Sicherheit auch noch über die andere Frucht von ihm sprechen, äh, macht Blackbeard schon sehr, sehr gefährlich, oder denkst du nicht? Ja, also ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass es eine Top-Tier, ähm, Teufelsfrucht ist, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich sie nicht ganz oben einranken würde. Also schon stark halt, aber nicht ins absolute Top-Tier. Das Ding ist halt, so Teufelsfrüchte zu, äh, negieren ist natürlich stark, aber, ähm, wenn wir auf die, wenn wir nur auf die Zerstörungskraft gucken, dann würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall Früchte, die krasser sind, äh, ihr fehlt dieser passive Logia-Effekt, was auch, äh, ein bisschen Minus ist. Die Dunkelheit zieht alles an, wie du sagst, das muss auch, also es kann stark sein, es kann aber auch, äh, äh, problematisch werden. Also ich, ich würde sagen, die Frucht hat, äh, sehr starke Vorteile, aber auch, äh, durchaus starke Nachteile. Ähm, und was natürlich, ähm, ein weiterer Faktor bei der Frucht ist, sie kommt natürlich im Kampf gegen Teufelsfruchtnutzer wesentlich stärker als gegen, ähm, Nicht-Teufelsfruchtnutzer. Also, ähm, gegen den Ruffy mag er dadurch einen Vorteil bekommen, aber gegen den Shanks, da fällt dieser Vorteil halt komplett weg, ne? Ähm. Also, ich würde sagen, wenn, und das wissen wir nicht, aber wenn diese Frucht, äh, es Blackbeard ermöglicht hat, mehr als eine Teufelsfrucht zu essen, dann würde ich sie auch ins absolute Top-Tier packen, aber solange wir das nicht wissen, ähm, würde ich sie nur zu den wirklich sehr starken Fähigkeiten zählen, aber nicht zu den absolut krassesten Teufelsfrüchten. Trotzdem, wie gesagt, es ist auf jeden Fall eine krasse Frucht. Oder wie siehst du das, äh, um da nochmal nachzuhaken vielleicht? Ja, wie gesagt, also, im Grunde könnte man, äh, eigentlich auch argumentieren, sie ist die stärkste aller Teufelsfrüchte, weil sie alle anderen Teufelsfrüchte halt ausschalten kann, negieren kann. Und, aber, und da, da, da muss ich natürlich dir recht geben, ja, gegen einen normalen Haki-Nutzer wie Shanks, äh, siehst du da halt kein, äh, Sonnenlicht. Im Gegensinn, gut, er hat ja zwei Teufelsfrüchte, aber damit können wir ja nicht hier argumentieren. Wir gehen ja von einem Charakter aus, der halt wirklich eine hat. Klar, die Finsternisfrucht könnte einen zusätzlichen, vielleicht sogar zwei zusätzliche Slots bieten, ähm, um weitere Teufelsfrüchte zu nehmen. Dann müssten wir sie nochmal aufwerten, aber, und du sagst ja auch schon richtig, da fehlt uns einfach ein bisschen die Bestätigung seitens Oda, wie die Finsternisfrucht richtig funktioniert. Aber ich denke, das ist auch etwas, wo wir sicher sein können, äh, wird uns später im Kampf gegen Blackbeard noch erklärt werden. Ähm, irgendwann wird es ja rauskommen, warum er zwei Teufelsfrüchte haben kann. Was ist deine nächste Teufelsfrucht, über die wir unbedingt reden müssen? Ja, komm, dann kommen wir doch direkt zur anderen Frucht von, äh, Blackbeard, zur Bebenfrucht. Ich glaube, wenn wir über reine Zerstörungskraft reden, dann ist die Bebenfrucht die krasseste Frucht in One Piece. Es ist nicht unbedingt die Frucht, äh, da muss ich einhaken, wir kommen noch zu einer anderen, aber du hast nicht Unrecht. Ich hab auch noch ein paar andere Früchte, die ich in eine ähnliche Kategorie packen, äh, würde. Und ich wollte gerade sagen, ähm, wenn wir nur auf das gucken, was wir bislang gesehen haben, dann gibt es eine Frucht, die, wo wir, wo wir mehr Zerstörungskraft gesehen haben, aktuell. Aber ich glaube, vom Potenzial her, dass es, ähm, die krasseste ist. Und selbst wenn es nicht die krasseste ist, dann ist sie auf jeden Fall, ähm, ganz weit, äh, oben. Top 3, Top 5 oder so auf jeden Fall, ähm, ja. Es ist trotzdem, würde ich sagen, ähm, kein, wenn ich jetzt so überlege, würde ich diese Frucht haben wollen, dann muss ich sagen, eher nicht. Weil, das ist zwar, du kannst dich zwar auf, äh, du kannst zwar genau damit angreifen und so, das geht schon, aber es ist eher so eine weitflächige Frucht, die dann auch, äh, deine Verbündeten und so, ähm, betreffen kann. Und das sehe ich schon als großen Nachteil. Das haben wir auch auf Marineford gesehen. Gut, die Whitebeard-Piraten, die wussten ganz gut, wie sie damit umgehen können. Aber letztlich betrifft es sie dann halt trotzdem zu einem gewissen Grad. Ähm, und das, obwohl Whitebeard ja übertrieben krass im Umgang mit dieser Frucht, ähm, war. Das sehe ich so als kleiner, als kleiner, als kleiner Nachteil bei dieser Frucht. Aber wenn wir nur auf die Zerstörungskraft gucken, auf die Stärke gucken und so, dann würde ich sagen, ja, die muss ganz, äh, weit oben dabei sein. Ja, definitiv. Ich würde sogar sagen, von der Zerstörungskraft auf Top 2, ähm, auch, da kommen wir nämlich wieder mit den Oder-Drümpfen um die Ecke. Wir haben ja ein paar Bestätigungen seitens des Großmeisters bekommen und eine davon ist natürlich, dass die Gurra-Gurra-Nomi, die Bebenfrucht, ähm, die mitunter die stärkste Paramezia ist und, ähm, zum anderen natürlich, ähm, auch so stark sein soll wie die mächtigen Logia-Teufelsfrüchte. Ich muss ja auch mittels ein bisschen klein widersprechen, dass man sagt, okay, klar, das ist in erster Linie eine AOE, wie man das so gerne bezeichnet, Teufelsfrucht. Aber wir haben ja auch bei Whitebeard im Kampf gegen Akainu gesehen, dass er das sehr, äh, gezielt auch einsetzen kann in einem geringeren Bereich, halt, dass es halt eben nur den Körper des Gegners, äh, traktiert. Wahrscheinlich dann auch noch mitinfusierten Königshaki, aber gut, das hat natürlich nicht jeder. Ähm, also, ja, definitiv und Sengok hat's ja auch gesagt, gell, das ist eine Teufelsfrucht, wenn du die hast, hast du im Grunde die Macht, die ganze Welt zu zerstören. Ist ja aktuell so ein Thema mit, äh, die Welt zerstören und die Welt versinkt im Ozean. Vielleicht ist ja sogar die Bebenfrucht die einzige, die tatsächlich irgendwie die Redline anknacksen kann, die ja auch als unzerstörbar gilt. Ähm, wobei, muss man halt Sengok wieder Recht geben, gell, du musst jetzt nicht unbedingt die Redline zerstören, um die Welt zu zerstören. Das geht auch, äh, auf andere Weise. Ähm, aber, ja, Blackbeard, äh, hat sich diese Teufelsfrucht nicht umsonst ausgesucht. Ich denke, sie ergänzt sich auch sehr, sehr gut mit der Finsternisfrucht, äh, die jetzt vielleicht nicht diese Zerstörungskraft hat, was man ja als erstes im Sinn hat, wenn es um Stärke geht. Ähm, und ich denke, dass das ergänzt sich sehr, sehr gut. Meinst du nicht auch? Ja, das auf jeden Fall. Also, das ist ein Starkkombo. Und ich hatte ja auch erwähnt, dass, ähm, Whitebit damit gezielt einen Gegner angreifen kann. Aber, ähm, ich denke schon, dass es, du hast du halt die Frucht, um sie richtig zu benutzen, musst du halt, äh, diesen, äh, ja, AOE-Angriff benutzen, um das jetzt mal so auszudrücken. Beziehungsweise, dann kannst du sie komplett entfeilen. Ähm, was ich gerade sagen wollte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, ich wollte nur raten, welche Frucht du auf die Eins packen würdest, weil, wer Zerstörungskraft... Ähm, soll ich das jetzt schon machen? Ich werde sie enthüllen, weil das ist eine super Überleitung. Ja, und da spiele ich auch gleich wieder die Oder-Trumpf, denn wir haben die Bestätigung in der SPS bekommen, welche Teufelsfrucht die größte Zerstörungskraft in One Piece hat. Und das ist halt der Oder-Trumpf, da können wir diskutieren, wie wir wollen. Und zwar, es ist natürlich die Mago-Magonomie, die Magma-Frucht von Aka Inu. Äh, und ich weiß, ich hab ja auch in der Vergangenheit, ich mach das ja auch schon ein paar Jahre, äh, dass Leute dann immer argumentieren, ja, die Magma-Frucht, sie ist die überlegene Frucht, der Feuerfrucht, aber die Feuerfrucht kann blaues Feuer und das wird heißer als Magma. Das mag alles in der Physik und, äh, soweit auch stimmen, ich geb euch allen Recht, aber Oda sagt halt anders und Oda bestimmt halt so ein bisschen dieses ganze Stärke-Ranking und er meint halt, ja, Aka Inu hat die größte Zerstörungskraft mit der Magma-Frucht und da müssen wir uns halt einfach so ein bisschen danach richten. Leider, vielleicht, vielleicht aber auch gut so. Ähm, deswegen, ja, für mich, äh, bleibt die dann auch auf eins, wenn wir von der reinen Zerstörungskraft ausgehen. Ich finde, sie ist eine sehr, ähm, langsame Frucht, wenn man das, ähm, so bezeichnen kann. Was meinst du? Ja, also erstmal, ich wollte, ich hätte auch, äh, die Magma-Frucht jetzt, ähm, geraten. Ähm, ja, also ich würde sie auf jeden Fall erstmal ganz generell mit der Bebenfrucht, ich hab ja gesagt, ich hätte die Bebenfrucht so auf der Eins, aber ich hätte den, ich hätte es so gemacht, dass wir quasi, okay, du hast die Paramezia, da hast du die Bebenfrucht und bei der Logia hast du die Magma-Frucht und die teilen sich so ein bisschen den ersten Platz. Das sind halt einfach die krassesten Früchte, wo, wenn du willst, ähm, womit du die Welt zerstören kannst, ne? Ähm, erstmal das, dann muss ich dir zustimmen. Ich würde auch sagen, dass es eine eher langsame Frucht ist, ähm, aber ich finde sie trotzdem besser, all in all, als die, ähm, Bebenfrucht, muss ich sagen. Weil du halt erstmal diesen, ähm, passiven Logia-Effekt hast, das ist halt ein großer Vorteil. Und, ja, du kannst halt Lava kreieren und damit kannst du dann, ja, du kannst damit mehr machen, als mit Erdbeben, gell? Wobei, ja, wenn du die Erdbeben gezielt einsetzt, vielleicht auch nicht, aber, ähm, du kannst halt von dir aus Sachen kreieren und das gibt, äh, ihr für mich, in meinen Augen nochmal einen kleinen Vorteil. Deshalb hätte ich sie auch, ähm, höher platziert als die Bebenfrucht. Ich denke, ich denke, worauf du hinaus möchtest, ist im Grunde der gleiche Vorteil wie bei der Giftfrucht. Du entgibst dich mit Lava und das gibt halt vielen Gegnern, äh, nicht die Gelegenheit, dich anzugreifen. Und du müsstest halt dann wieder dieses Umdenken haben mit, äh, Ryohaki und wie, äh, greife ich den Gegner an, ohne ihn zu berühren. Ähm, und das hat halt nicht wirklich jeder Charakter drauf. Und deswegen macht das, äh, die Magmafrucht in dem Sinne halt auch nochmal gefährlicher. Und selbst wenn du, ja, es irgendwie, äh, schaffst, den Gegner zu, anzugreifen, ohne die Lava zu berühren und abgesehen von Ryohaki, weil das würde wahrscheinlich diesen passiven Effekt der Logia sowieso wieder negieren, ähm, hast du halt immer noch das Problem, dass das ein Logia-Nutzer ist und du wahrscheinlich ins Leere schlägst. Und ich denke, vielleicht haben wir noch einen weiteren Hinweis von Oda bekommen, dass zumindestens Oda denkt, dass, äh, Lava halt irgendwie so mit das Krasseste ist. Es wird ja vielleicht dann auch der Schlüssel dazu gewesen sein, die beiden Kaiser, Big Mom und Kaido, zu töten. Sofern sie tot sind. Ich will das immer noch nicht, äh, komplett wahrhaben. Äh, mir fehlt die Bestätigung auch dafür. Aber es war halt ein Punkt, diese Kaiser halt aus dem Spiel zu nehmen, soweit sei gesagt. Ja. Ja, also ich würde auch sagen, also da reden wir auf jeden Fall über eine absolute Top-Tier-Teufelsfrucht. Besonders, wenn wir über Zerstörungskraft reden. Ähm, ich würde sagen, oder willst du erstmal eine sagen? Du bist dran, du bist dran, genau. Ähm, kommen wir zu der Frucht, wo ich sagen würde, wo wir zumindest in der Serie bis jetzt die krasseste Zerstörungskraft gesehen haben. Ich sag nicht, dass es die krasseste Zerstörungskraft hat, aber zumindest das, was wir bislang eben gesehen haben. Und zwar die Donnerfrucht von Enel. Wir wissen, dass Enel damit eine Insel pulverisiert hat. Oder zumindest komplett zerstört hat. Und, ähm, wir wissen, dass er Skype ja beinahe zerstört hätte. Dazu kommt, und deshalb finde ich die Frucht so krass, weil sie nicht nur dieses Zerstörungslevel hat, sondern weil du damit auch extrem flexibel bist. Du kannst dich sehr schnell bewegen. Du kannst aus der Nähe angreifen. Du kannst aus der Distanz angreifen. Er kann es mit seinem Vorhandlungshaki verbinden. Das ist brutal. Also, das Gesamtpaket finde ich wirklich heftig von dieser Teufelsfrucht. Definitiv, gebe ich dir recht. Ja, vor allem halt eben ein weiterer passiver Effekt. Es verstärkt das Observationshaki. Enel war ja damit in der Lage, komplett Skype ja zu überwachen mit seinem Observationshaki. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass eventuell mit viel Konzentrationen Shanks das auch schaffen würde. Aber diese Teufelsfrucht gibt dir auf jeden Fall so einen extremen Boost. Zumindest, was das Overview betrifft. Also, vielleicht nicht in die Zukunft blicken, was halt auch mit dem Observationshaki möglich ist. Ich glaube, das ist nochmal eine komplett andere Richtung, in die du dieses Observationshaki entwickeln kannst. Die Zerstörungskraft absolut ist brachial. Also, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir wissen alle, wie ein Gebäude oder ein Baum aussieht, wenn da der Blitz eingeschlagen hat. Und das ist wahrscheinlich nur so ein Fitzel der Möglichkeiten, die du mit der Donnerfrucht hast. Das große Problem dieser Donnerfrucht, das war sie, es ist halt eben schon von Anfang an, du müsstest diese eigentlich, unabhängig jetzt von Enel, und ich glaube, die Donnerfrucht ist auch der Hauptgrund, warum Leute wollen, dass Enel nochmal zurückkommt, um noch mehr von der Donnerfrucht zu sehen, und vielleicht weniger von Enel. Eigentlich müsste diese Teufelsfrucht in den Reihen der Strohhüte sein. Vielleicht bei Nami, das ist ja eine beliebte Theorie, und Oda hat ja auch erst dem Letzten ein Fanart gezeichnet. Ist ja kein Fanart, ist eine Oda-Art, wo Nami mit der Donnerfrucht zu sehen ist. Weil dann wäre es keine Waffe gegen Ruffy. Verstehst du, was ich meine? Sondern es wäre halt eine Waffe gegen die Gegner von Ruffy. Und vielleicht hat Oda das auch geplant gehabt, und er hat es nicht mehr unter einem Hut bekommen, und man hat deswegen Nami in diese Richtung entwickelt, und dann am Ende mit dem Power-Up von Zeus, weil sie ist ja auch schon in der Lage, extrem krasse Blitze zu machen. Aber auch das, wie derselbe Vergleich, wie ein Blitzeinschlag in unserer Welt, und klar, da gibt es auch bestimmt ein paar krassere Blitzeinschläge, an die ich jetzt denke. Wir sehen halt die Blitzschläge, die Nami verursacht, mit Zeus zusammen. Und wir haben gesehen, welchen Effekt das auf Gegner hat, die eigentlich deutlich stärker sind als Nami, wie nur Ulti zum Beispiel. Klar, Ulti war vorher schon ein bisschen angekratzt durch Big Mom, aber musst du halt trotzdem halt erst mal besiegen können mit so einem Schlag. Und wenn so ein Schlag von Nami schon solche Effekte hat, dann können wir uns halt ausmalen, welche Effekte halt die Donnerfrucht hätte, wenn du die halt wirklich komplett und vielleicht sogar noch in Richtung Erwachen gezogen hättest. Ja gut, wobei ich nicht ausschließe, dass er die erweckt hat. Ja, ja, mit dieser Form, ne? Ja. Ähm, ja, also ich muss auch sagen, das ist so, wenn wir rein vom Potenzial her gucken, das ist für mich einer der krassesten Teufelsfrüchten überhaupt. Stell dir mal vor, ein Shanks oder so hätte diese Frucht, das wäre Overkill. Weißt du, das wäre, ähm, Endlevel. Selbst wenn Nami die hätte, ich meine gut, sie würde natürlich, oder würde sie dann nerfen, die Frucht, weil, ne, wird das Bild von Nami, denke ich, dann nicht komplett zerstören, sondern sie nur in, äh, manchen Momenten, äh, scheinen lassen damit, aber, äh, ja, das liegt ja nicht wirklich daran, dass die Frucht dann, äh, schwächer ist oder so, sondern mehr daran, wie Oder das Ganze gestaltet. Ähm, was ich dann noch sagen würde, was ich, also, da wissen wir nicht, ob das irgendwie mit der Frucht zusammenhängt, aber ich könnte es mir zumindest vorstellen, ähm, und wenn dem so ist, dann wäre das schon ein Nachteil der Frucht, würde ich sagen, und zwar, ähm, haben wir bei Enel diese komplette Storyline, dass er unbedingt zum Mond wollte und diesen Gottkomplex hatte und so, und dann haben wir gesehen, dass er auf dem Mond, ähm, äh, die Stadt Birka da, perfekt mit, Elektrizität versorgen kann, als ob die Stadt quasi so dafür ausgelegt, äh, wäre, ähm, wenn, wenn dem so ist, dass die Frucht vielleicht damals dort benutzt wurde und dass die Frucht, ähm, unbedingt wieder dorthin wollte und dass die Frucht Enel vielleicht sogar so beeinflusst hat, in diesen Gottkomplex vielleicht getrieben hat, ähm, dann wäre das natürlich, äh, ein dickes Minus bei der Frucht, aber das wissen wir halt nicht und deshalb würde ich das jetzt auch erstmal nicht mitzählen. Ja, also, ich denke auch, also, es kommt natürlich drauf an, also, wir wissen, die Aussage steht ja auch, dass die Donnerfrucht, äh, diesen ganzen Gottkomplex nochmal verstärkt hat, ist das ein allgemeiner Nachteil oder nimmt die sich quasi nur etwas, was im Grunde schon sowieso vorhanden war? Äh, weil dadurch, äh, ähnelt quasi eine Allmacht bekommen, äh, in den Sky Islands, da zähle ich jetzt mal Birka und Skypie ja zusammen, ähm, die ihn halt auch quasi unsterblich gemacht haben, weil keiner konnte ihn ja berühren, äh, der passive Effekt der Logia und die wussten zwar vom Observations-Haki, Mantra haben sie es ja genannt, äh, aber sie wussten halt nichts von Rüstungs-Haki, was halt auch nochmal so ein Teil dazu beiträgt, äh, einen Logia-Nutzer zu treffen und, äh, berühren zu können und, äh, das ist halt der Punkt, ja, nur Ruffy hatte das Ganze. Vielleicht hat, äh, äh, oder, also ich habe auch gedacht, hey, ähm, er ist ja großer Fan von Rumiko Takahashi, äh, das ist die, äh, Mangaka von Ranma Inurasha, äh, oder halt eben auch, Uro Sayatsura und da gibt es halt einen Charakter, den ihr mit Sicherheit schon gesehen habt, Lumchan, die halt eben auch, äh, mit Elektroschocks, äh, die, äh, männlichen Charaktere meist ganz schön traktiert und vielleicht wollte Oda das nicht mit Nami machen, am Ende, dass das nicht so Copy-Paste-mäßig wird, weil, stell dir mal vor, Nami hätte diese Teufelsfrucht und Sanji schleicht sich mal wieder an zum Spannen und dann kriegt er erstmal einen Elektroschock und fliegt dann über das ganze Schiff. Ähm, ich hätte es trotzdem witzig gefunden, also, äh, super. Vielleicht, ähm, bekommen wir ja nochmal die Möglichkeit, vielleicht ist etwas auf dem Mond passiert, was wir nicht erahnen können, Enel trifft auf einen Gegner, den er nicht besiegen kann, er stirbt dort und auf einmal plötzlich, ohne das irgendwie erzählt zu bekommen, was auf dem Mond passiert, sehen wir die Donnerfrucht nochmal in One Piece. Also, ich will's, ich will's jetzt nicht, äh, den Teufel an die Wand malen und ich will jetzt auch nicht, dass Enel stirbt, aber was wäre das für ein Plottwist, wenn du auf einmal halt die Donnerfrucht wieder, äh, sehen würdest, ähm, bei einem anderen Charakter. Ähm, leider schwierig. Ich glaube, ich glaube, er würde Enel nochmal zurückkommen, aber wer weiß. Was ich interessant finde auch, ähm, bei dieser ganzen Enel-Thematik, äh, Enel lebt ja nur auf den Sky Islands und es ist ja schon so, dass du stärker wirst, wenn du gegen starke Gegner kämpfst. Auf den Sky Islands hatte Enel nicht wirklich starke Gegner, gegen die er hätte kämpfen können. Gut, es mag ein paar Personen geben, wie Urush oder so, aber der war damals auch nicht auf dem Level. Vielleicht gab es andere, die damals schon so stark waren, aber auf jeden Fall reden wir hier nicht von dem Level, wie, ähm, unten auf der Grand Line. Deshalb finde ich es schon krass, wie stark Enel damals eigentlich war, ähm, obwohl er, ähm, nicht wirklich gegen derart starke Gegner gekämpft hat, um zu trainieren und so weiter. Also, ich bin mir relativ sicher, dass Enel, das ist natürlich immer schwer, das zu sagen, aber ich glaube es, dass Enel jeden, ähm, Antagonisten vor dem Timeskip besiegt hätte mit seiner Teufelsfrucht. Also, Rob Luki, Crocodile und so weiter. Also, klar, naja, bei Marineford und so, da machen wir vielleicht ein paar Ausnahmen, diese OP-Antagonisten, aber ich glaube, die, diese Gegner, die Ruffy besiegt hat, ich glaube, jeden davon hätte, hätte Enel besiegen können. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er, dass er einen Doflamingo besiegen kann und ich bin ein riesen Doflamingo-Fan. Ähm, das, so, ich, also, ich glaube schon, dass Enel richtig krass ist. Also, wenn Ruffy, wenn Ruffy diesen, äh, diesen, ähm, Gummikörper nicht gehabt hätte, dann wäre es das halt auch mit den Ströken gewesen, ne? Definitiv, definitiv. Ich gebe dir da recht. Ich bin mir bei Crocodile nicht sicher, weil er hat die Sandfrucht und, äh, wir kennen alle Pokémon. Ja, das funktioniert nicht so, bei, bei, äh, Elektro gegen, äh, Boden, wenn, wenn man es so, äh, vereinfachen möchte. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so einfach. Ähm, ich denke, Enel war auch so stark wegen der Donnerfrucht. Und Enel, ähm, galt halt auch so ein bisschen als Gott, weil er halt auch eben keine Gegner hatte. Es konnte ihm keiner irgendwas, äh, anhaben. Und wir haben auch gemerkt, das ist so ein Problem, was ich mit Enel habe, was vielleicht die ein oder andere übersieht. Und zwar, Enel ist ein richtig fauler Charakter. Wir haben das auch im Kampf gegen Ruffy gesehen. Er hat gemerkt, er kann Ruffy nicht so one-shotten mit seinen Elektro, äh, Schocks, mit seinen Blitzeinschlägen. Und er hatte eigentlich gar keine Lust auf diesen Kampf. Er hat sich dann weiter auch nur auf diese Reise zum Mond vorbereitet. Und Ruffy dann halt immer irgendwie versucht wegzudrängen. Äh, weil er halt gemerkt hat, okay, das ist halt jetzt problematisch, da habe ich gar keine Lust drauf. Ähm, das ist ein Thema. Also, da müsste man wirklich nochmal alle, äh, bret Timeskip-Antagonisten durchgehen. Äh, der ein oder andere wird vielleicht ihm auch einen Trick aufbieten, äh, mit dem er nicht rechnet. Ähm, und, äh, wer weiß, vielleicht auch ein Rob Lugy, der, da mit seiner Formel 6 etwas hätte erreichen können. Aber, am Ende müssen wir halt sagen, die haben alle kaum Haki gezeigt. Da, äh, ist es schwierig, zu sagen, ob sie ihn hätten auch verletzen können. Ja. Aber, kommen wir zur nächsten Früchte. Definitiv eine der stärksten Früchte. Äh, kommen wir zu einer Teufelsfrucht, die, ähm, ein bisschen in die gleiche Richtung geht. wir bleiben natürlich bei Logia. Die Logia sind halt einfach die stärksten Leute. Es ist halt leider immer noch so, trotz, dass dieser passive Effekt ein bisschen genervt wurde durch das Haki. Äh, gehen wir zur, äh, Pika Pika no Mi, wenn wir schon bei Pokémon bleiben, so ein bisschen die Funkelfrucht von Kizaru. Denn auch sie hat wieder passive Effekte. Nicht nur, dass du die, halt zu einem Lichtmensch wirst und, äh, dadurch halt, äh, mit Licht angreifen kannst. Also, ergo halt Laser. sondern halt eben auch eine extreme Geschwindigkeit dazu bekommst. Denn es wurde ja öfters gesagt, er kann sich so schnell bewegen wie das Licht. Ähm, das passt natürlich ein bisschen weniger zu seinem Charakter, weil er ja immer sehr langsam redet. Aber ich finde das irgendwie cool. Also, äh, die Funkelfrucht wäre mein Vorschlag als eine der stärksten Teufelsfrüchte. Ja, also, gehe ich mit. Ist auf jeden Fall eine der stärksten Teufelsfrüchte. Ich muss sagen, ähm, auch wenn Licht eigentlich stärker sein sollte, würde ich die Frucht tatsächlich etwas schwächer einschätzen als die, ähm, Gorogoronomi von Enel. Ja. Ähm, weil, so was wir von der Zerstörungskraft gesehen haben, da übertrifft Enel ihn einfach. Und auch, äh, das mit dem Vorhandlungshaki ist ziemlich krass bei Enel. Ähm, den Punkt mit der Geschwindigkeit, den gebe ich, gebe ich Kizaru vielleicht. Aber andererseits, ähm, sind beide so schnell, dass ich nicht weiß, ob das nochmal einen extrem großen Unterschied gegen die meisten Gegner macht. Ähm, ja, also, trotzdem, es ist auf jeden Fall eine brutal krasse Teufelsfrucht. Also, ganz oben mit dabei auch, würde ich sagen. Definitiv. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir die, ähm, die Fähigkeiten der Funkelfrucht auch ohne Kizaru das öfteren mal gesehen haben. Der Laser bei den Pazifista oder auch der Radical Beam von Frankie basiert ja auf, äh, die Entwicklung von Vegapunk mit der Funkelfrucht. Und das ist das Einzige, was Logia-technisch irgendwie irgendwo kopiert werden konnte, äh, weil Vegapunk hat ja selbst gesagt, Logia sind zu kompliziert, dass man sie, äh, eins zu eins mehr oder weniger übernehmen konnte. Mit Soan scheint das kein Problem zu sein, äh, Paramezia laufen über das grüne Blut. Aber bei der Funkelfrucht konnte er halt lediglich diesen Laser halt eben kopieren. Und, ähm, deswegen finde ich das interessant. Und wir haben ja auch gesehen, dass so ein, so ein Strahl halt immer noch extrem Schaden machen kann gegen, äh, andere Gegner. Das darf man halt nicht vergessen. Die müssen dann halt trotzdem aus, ausweichen. Am Ende wurde damit ein Sasaki besiegt, äh, und, und ich glaube, hat Frankie nicht auch, äh, äh, kurz mal, äh, durchbohrt mit so einem Strahl? Ich meine, gut, die regenerieren eh alles wieder weg. Das, das macht das natürlich ein bisschen problematisch. Aber ja, Funkelfrucht definitiv eine der stärksten. Passiver Effekt der Logia, passiver Effekt, die Geschwindigkeit wird extrem erhöht, passiver Effekt, du kannst durch die Barriere durch. Also, wenn mal irgendjemand solche Barrieren bauen kann, mal interessant, ob er auch durch die Barriere von, ähm, von Bartolomeo geht, aber ich glaube, das geht wieder in eine andere Richtung an Barriere, weil ich glaube, die Barriere basiert ja auch auf seiner, äh, Teufelsfrucht. Naja, ist so ein Thema. Ähm, aber ja, definitiv. Wir sollten sie nicht unterschätzen, auch wenn, äh, am Ende Kisahu das Nachsehen hatte auf Eckert Island. Ähm, er ist auch der, äh, der ist wegen dieser Funkelfrucht und, ähm, sollte weiterhin, ähm, gefürchtet werden, von vielen Piraten vor allem. Aber was ist dein nächster Vorschlag? Ich hab noch eine, ähm, Frucht mit sehr krasser Zerstörungskraft, ähm, und zwar die Sushi-Sushi no Mi. Ich nenn sie jetzt mal die Gravitationsfrucht, ne, weil so funktioniert sie ja. Ähm, die Frucht von Fujitora, die ist schon, also, Meteoriten zu rufen, das ist schon, das ist schon krass. Also, damit kann er, kann er schon, äh, gut Zerstörung, ähm, anrichten. Wir wissen nicht, wie groß die Meteoriten oder was auch immer er da ruft werden können, aber, ja, also, das ist, das ist halt brutal, wenn wir über Zerstörungskraft reden und du kannst sie ja auch so, ähm, gut, ähm, benutzen. Also auch gezielt auf eine Person. Äh, zum Beispiel, ich muss da an die Szene mit Zorro denken, wo er Zorro so in den Boden gepusht hat. Ähm, ja, alles in allem auf jeden Fall eine ziemlich krasse Teufelsfrucht. Ähm, ja, was sagst du? Ja, definitiv, ich hab's dir auch aufgeschrieben, die Druck-Druckfrucht, äh, von, ähm, Pujitora und du hast im Grunde schon die beiden Elemente gesagt, er kann halt, äh, Meteoriten aus der Umlaufbahn holen und auf Leute werfen, äh, glücklicherweise auch auf Tenryu Bito, das war ihm völlig egal, finde ich klasse, ähm, ähm, aber wir haben das auch gesehen, das braucht er ja nicht mal per se, er kann ja, wie wir es in Tressrosa gesehen haben, diese ganzen Drümmer, die es dann durch die Kämpfe gab, aufheben und auf Gegner werfen, das ist halt immer noch ein Thema, wenn wir vor allem schauen, was gerade auf Egghead läuft, dass halt, äh, äh, Ruffy, der jetzt auch ein Gebäude, äh, weggekickt hat und nach, äh, einem Gorosei geworfen hat, immer noch ein Thema ist oder bei der Stärkefrucht, ich weiß nicht, ob wir über die sprechen sollen, ich glaube, die geht auch ein bisschen unter von, ähm, Jesus Burgess, ähm, der ja auch riesige, ja, Berge auf Gegner wirft und solange das halt noch ein Thema ist, ist halt ein Meteorit oder halt Drümmer definitiv auch ein Thema, vor allem, du kannst halt, neben, dass du das halt machst, den Gegner daran hindern, auszuweichen, äh, egal, was er für ein Charakter ist, solange du ihn halt gleichzeitig, ich weiß nicht, ob es möglich ist, ähm, äh, auf den Boden drückst, aber ich stelle dir mal vor, die Szene mit Zorro, wie er ihn auf den Boden presst und wir haben mit Zorro schon einen extrem starken Charakter, also wenn der das schon kaum packt, da hochzukommen, wie sollen das normale Charakter her passen und gleichzeitig schickst du halt ein Meteorit auf diese Stelle, was soll der Gegner dagegen machen? Das ist die große Frage, wenn er sich nicht bewegen kann, ähm, also würde ich mal nicht, also, in dem Sinne hat sie keine Zerstörungskraft per se, aber sie kann große Zerstörungskraft, äh, hervorrufen, würde ich mal so sagen, ähm, also definitiv für mich auch eine der stärksten, also, Oda hat, äh, nicht umsonst seinem Admiral diese Teufelsucht gegeben und diese weiteren Möglichkeiten, weil es erlaubt ja auch Fujitora zum Fliegen, zum Beispiel, weil er braucht sich ja nur auf irgendein Trümmerstück oder auf ein Stück Erde stellen und das dann halt mit seiner, ähm, ähm, Schwerkraft halt schweben lassen und kann sich damit halt auch extrem schnell wieder fortbewegen. Also, so gut wie er halt quasi Leute festdrücken kann, kann er seine eigene Geschwindigkeit mit dieser Gravitation natürlich auch erhöhen, indem er halt die Gravitation runtersetzt. Oh mein Gott, wir sind jetzt im Dragon Ball teilweise, wo hier mit Gravitation, äh, ja auch trainiert wurde, aber daran merkt man halt, dass, äh, da ziemlich viel, äh, dahinter steckt, hinter dieser Teufelsfrucht. Die sollte man nicht unterschätzen. Aber ich denke, wir sollten auch mal über ein paar Sohan-Teufelsfrüchte sprechen und bevor wir noch über die Nika-Furt sprechen, über die wir definitiv noch sprechen müssen, äh, werfe ich mal eine ein, äh, die wir lange Zeit dachten, vielleicht sogar die stärkste aller Sohan ist, äh, und zwar der Azur-Blaue Drache von Kaido. Und ich denke, Kaido ist nicht umsonst, zur stärksten Kreatur der Welt geworden, äh, ohne diese Teufelsfrucht wäre es vielleicht nicht so einfach geworden. Also die hat, ähm, ich glaube, das Einzige, was uns da gefehlt hat, war halt wirklich ein eindeutiges Awakening, das wir vielleicht nicht gesehen haben bei ihm, ähm, um halt noch beeindruckender von dieser Frucht zu sein. Aber am Ende können wir uns darauf einigen, wir haben hier nicht nur einen normalen Drachen, wir haben hier nicht irgendeinen Dino, wir haben hier einen mystischen Drachen, der uns halt einiges gezeigt hat. Oder was denkst du? Ja, also ich würde auch sagen, Kaidos Frucht ist richtig krass. Und wir haben das ja auch gesehen, ähm, nicht nur bei Kaido, sondern auch bei der nachgemachten Frucht, ähm, die Momo hat, ähm, wie dieser sich dann Aramaki gestellt hat. und ich, also ich will jetzt nicht sagen, dass er gegen Aramaki gewonnen hätte, niemals. Aber er hat schon Damage gemacht, ähm, mit seinem Angriff. Ähm, und da sehen wir ja, Momonosuke, ähm, ist jetzt, also er mag brutales Potenzial haben, aber er ist halt noch nicht der allerkrasseste und hat gerade so, er lernt gerade mit seiner Teufelsfrucht umzugehen und er kann solchen Schaden machen, äh, bei so einem Charakter, also würde ich schon sagen, ja, das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Teufelsfrucht. Und ich meine, was ich auch cool finde, ähm, dass du fliegen kannst. Das ist, ähm, äh, generell, also bei Teufelsfrüchten, ein Riesenplus bei mir, immer, wenn das geht. Es ist halt natürlich auch immer etwas, was so eine natürliche Schwäche, nämlich das Problem, ich könnte ins Wasser fallen, natürlich so ein bisschen aufhebt, indem man sich quasi noch selbst retten kann, sofern man kapiert hat, wie man diese, äh, Flammenwolken, ähm, erschafft, auf denen man dann halt quasi durch die, äh, durch den Himmel läuft, ähm, aber du hast ja auch schon was angesprochen, diese, diese Hitzeflammen, die dieser Drache ausstoßen kann, und vielleicht ist das vielleicht sogar, dann die Zerstörungskraft, die man durch die Feuerfrucht erhält, klar, die Feuerfrucht hat noch andere Vorteile, weil sie eine Logia ist, ähm, aber, wenn du die Angriffskraft von dieser Feuerfrucht nimmst, und die halt quasi zusätzlich hast, zu einer Soan, und die hat ebenfalls passive Möglichkeiten, denn du hast eine höhere Regeneration, du hast mehr Ausdauer, du hast mehr Widerstandskraft, und gerade durch diese Drachenfrucht, äh, und wir haben ja lange darüber diskutiert, haben dann diese Drachenschuppen, nochmal so einen passiven Effekt auf Kaido, dass man ihm halt kaum irgendetwas an Schaden zufügen kann, gut, vielleicht ist das auch allgemein bei mystischen Soan, die halt einfach viel zu krass sind, wir reden ja noch über die Gorosei vielleicht mal dann im Kurzen, ähm, wo wir uns nicht sicher sind, ob das halt wirklich Soan sind, ist die Bestätigung noch ausbleibend, äh, aber ich denke, der Azurblaue Drache, der übrigens, äh, falls ihr das nicht wusstet, ebenfalls ein Yokai ist, ähm, nämlich der Sairu, da hat sich Oda schon viel früher an den Yokai bedient, als vor den Gorosei, also ja, für mich einer der mit beeindruckendsten Teufelsrüchter, und wir hatten immer so den Guess, dass Blackbeard sich diese halt so anholt, wäre bestimmt interessant geworden, aber mal gucken, ob da überhaupt noch was dazu kommt. Was ist dein nächster Vorschlag? Bevor ich jetzt, ähm, zur nächsten Soanfrucht komme, und ich hab, äh, noch zwei Soanfrüchte, die ich auf jeden Fall nennen will, vielleicht noch ein paar mehr, aber zwei, die da auf jeden Fall reingehören, meiner Meinung nach, ähm, will ich noch auf eine Logie zu sprechen kommen, und zwar, weil es gerade ganz gut passt, und zwar, ähm, geht es um die Frucht von Aramaki, von Green Bull. Ich will nicht, ich, also wir haben, wir haben nicht so viel von der Frucht gesehen, wir können auch schlecht sagen, dass es eine krass, eine krasse Frucht ist, was Zerstörungskraft und so weiter angeht, aber es ist eine Teufelsfrucht, die ich einfach extrem cool finde, und die, ähm, gezeigt hat, wie vielseitig man, man sie benutzen kann. Erstmal, er kann fliegen mit der Frucht, was, äh, ziemlich abgespaced aussieht, äh, wenn er da seinen Blumenpropeller rausholt, ähm, und dann generell der Effekt, äh, die Natur so beeinflussen zu können. Ich denke, dass du damit, ähm, sehr viele Möglichkeiten haben kannst. Ich meine, wir müssen ja auch nur mal nach Naruto gucken oder so. Da ist einiges drin, was man damit machen kann, ähm, und ich glaube, vom Potenzial her ist das auf jeden Fall eine Teufelsfrucht, die nicht nur, wenn wir aufs reine Stärkelevel gucken, ähm, viel zu bieten hat, sondern die auch generell wirklich flexibel benutzt werden kann. Das ist auf jeden Fall eine Teufelsfrucht, ähm, die ich, wenn ich mir eine aussuchen müsste, ähm, stark in Erwägung ziehen würde. Die hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, diese Teufelsfrucht, ähm, weil ich jetzt auch nicht so diese unbändige Zerstörungskraft gesehen habe, die wir vielleicht bei anderen Teufelsfrüchten haben, oder womit man halt vielleicht einen Kampf sehr schnell entscheiden kann, äh, aber du hast natürlich recht. Ich denke, sie ist auf jeden Fall eine Teufelsfrucht, wo du dir auch selbst eine ziemlich krasse Regeneration geben kannst, indem du halt vielleicht auch Nährstoffe aus der Natur ziehst, ähm, aber sie hat halt auch diese krasse Feuerschwäche, ja, ich meine, wenn, äh, wir haben eben gerade über Momonoska auch kurz gesprochen, wenn der halt mit so einem Fireblast, den er da abgefeuert hat, Boro Blast, ihn halt schon quasi fast bis aufs Letzte auslöschen kann, klar, er war schnell wieder da, was hätte ein Kaido mit ihm angestellt? Und er hat es ja selber gesagt, Kaido war die Abschreckung in Wano Kuni, was hätte ein Ace oder ein Sabo gegen ihn angerichtet? Ähm, ich glaube, da hätte er schon wirklich das Nachsehen, äh, in so einem Kampf, aber, und das ist auch wieder der Punkt, nicht jeder Gegner hat, von Aramaki natürlich, Möglichkeiten, Feuer einzusetzen, der muss sich dann halt auch etwas, äh, eher dann einfallen lassen, gegen diese, ne, buchstäbliche Naturgewalt, würde ich mal sagen. Also, ja, die Waldfrucht, man sollte sie auf jeden Fall im Blick haben, ist vielleicht noch zu neu, noch zu wenig gezeigt worden, ähm, aber ich bin mal gespannt. Was, was mich so ein bisschen, aber gut, das lag vielleicht auch an der Situation auf Rivalry, äh, gestört hat, ist halt, dass er da, ähm, Probleme hatte, selbst gegen die Kommandanten der Revolutionsarmee. Also, mein Problem mit Greenbull ist halt, dass er immer nur geklaunt wurde, wenn er aufgetaucht ist, und so überkonfident war, als ob der da jetzt hingeht, um er eben Ruffy besiegt oder so, ähm, aber die Frucht finde ich halt trotzdem, äh, ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Äh, bleiben wir noch bei Admiral, bleiben wir bei Logia. Es gibt noch eine Tollzucht, über die ich gerne reden möchte, weil ich finde, sie ist mitunter, was die Stärke betrifft, und was die Einsatzmöglichkeit betrifft, einfach enorm. Und, und zwar, sie ist auch die coolste Tollzucht, nämlich die Eisfrucht, die Gefrierfrucht von, äh, ähm, von Cusan, weil wir teilweise auch gesehen haben, dass es da gar nicht zu kämpfen kommen muss, äh, auch gegen starke, eigentlich relativ starke und nicht zu unterschätzende Gegner. Wir haben es bei den Blackbeard-Piraten gesehen, wir haben es, äh, in der Cover-Story auf, äh, Chocolate Island gesehen, wo er einen Cracker, der vor einigen Arks für Ruffy noch ein großer Gegner war, äh, in Sekunden eingefroren hat. Und der Kampf hat gar nicht stattgefunden. Der Sieger war Cusan an diesem Punkt. Und diese passiven Fähigkeiten, nicht nur die passive Logia-Fähigkeit, sondern auch, dass du die natürliche Schwäche jeder Teufelsfrucht, nämlich das Wasser, quasi in gewisser Weise manipulieren kannst, indem du sie halt zu Eis verwandeln kannst und somit halt diese Schwäche direkt wieder ausgleichen kannst, macht für mich einfach diese, äh, Teufelsfrucht zu einer der stärksten, die es in One Piece gibt. Ähm, aber was sagst du dazu? Ja, absolut. Das ist auch eine Frucht, äh, die ganz oben mitspielt. Und ich meine, Oda hat uns ja auch nicht ohne Grund gezeigt, ähm, wie Punk Hazard aussieht, wie der Kampf abgelaufen ist zwischen Akainu und Kusan. Letzten Endes hat Akainu gesiegt, aber das war ja jetzt, äh, alles andere, ähm, als, ähm, eindeutig. Also, das war ein sehr knapper Kampf. Und das, das alleine zeigt uns ja, wie krass Kusan ist und wie krass demnach auch seine Teufelsfrucht ist. Und wie du schon gesagt hast, mit dem Einfrieren, das ist eine brutale Fähigkeit, ähm, haben wir außer Doflamingo jemanden gesehen, der sich daraus befreien konnte? Ähm, nicht wirklich, aber auch selbst, äh, Doflamingo hat einige Zeit gebraucht, um sich da zu befreien. Also, der konnte jetzt nicht instant oder so dagegen befreien. Aber ja, warum ich das sage, warum ich das sage, ist nur, ähm, was Doflamingo halt hat und was die anderen, nicht haben, äh, die er eingefroren hat, ähm, also gut, gab jetzt vielleicht mal abgesehen, ist Königsaki. So, weißt du, stell dir vor, du brauchst Königsaki, um dich daraus zu befreien. Wie OP wäre das denn? Ich meine, du wirst sicherlich verhindern können, wenn du darauf vorbereitet bist, ähm, dass er dich einfriert, ähm, aber wenn er dich erwischt und du dann Königsaki brauchst, um da rauszukommen, so dann, dann war es das halt mit dir, ne? Gut, es gibt auch andere Möglichkeiten, das haben wir schon gesehen, aber da brauchst du dann jemanden für, sondern auf dich gestellt, wenn du, wenn du keine andere Option hast, das wäre halt schon krass. Und auch selbst, wenn dem nicht so ist, ähm, Doflamingo ist halt immer noch, ähm, einer der krassesten, äh, Typen, die wir in One Piece gesehen haben. Das ist, ist jetzt nicht Kaiser-Level oder so, aber er ist schon heftig. Also Doflamingo würde ich nicht unterschätzen. Ähm, vor allem, wenn man, äh, überlegt, dass Oda, wenn er, wenn er seine Charakter wiederbringt, denen gerne nochmal ein Power-Up, äh, gibt, so deshalb, ja, also, ich, ich, ich finde, ich finde den Gedankengang, äh, gerade sehr, sehr interessant, äh, mit dem Königshaki, weil könnte das vielleicht auch die Erklärung sein, wie man halt eben Teufelsfruchteffekte abschütteln kann. Weil wenn man jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt, wen haben wir wirklich gesehen, der sich aus Teufelsfruchteffekten befreien kann? Ähm, zum einen fällt mir da natürlich Kaido und Big Mom ein. Und beide sind bestätigte Königshaki-Nutzer, die das halt, zum Beispiel, äh, wo dann die OP-OP-Nomie keinen Effekt hätte oder wahrscheinlich Berührungsfrüchte. Was mir auch einfällt, ist zum Beispiel Ruffy gegen Bruno, der sich ja quasi so aus dieser Drehkarussell im Gesicht so ein bisschen befreit hat. Vielleicht war es auch nur einfach zu Ende. Und wir wissen ja, Lore, der sich von der Krankheitsfrucht, äh, befreit hat. Aber Lore heißt jetzt kein bestätiger Teufelsfrucht, äh, Königshaki-Nutzer, aber vielleicht ist da was dran. Ja, so als kleine Theorie mal so nebenbei, äh, dass auch, ähm, er da vielleicht noch ein Kandidat sein kann. Ja, ich denke, dass Lore auch Königshaki haben wird. Also ich meine, wenn Kit Königshaki hat, dann sollte Lore auch Königshaki haben. Oder? Was meinst du? Ja, gut, muss nicht unbedingt sein. Dafür ist ja Lore halt ein D. Aber ich finde den Gedankengang als, als kleine Theorie, so als Argument, äh, gar nicht mal so schlecht. Und ja, wenn ich mir Kandidaten aussuchen müsste, die noch Königshaki zeigen, dann, äh, definitiv, ähm, ist Lore mit in der, äh, der Verlosung dabei. Ähm, aber, äh, kommen wir zurück zu den Teufelsfrüchten, um die stärksten Teufelsfrüchten, die wir in One Piece haben. Ich denke, du hast da noch ein paar, über die du reden willst. Was wäre dein nächster Vorschlag? Du hast ja gemeint, du hättest noch ein paar Sohren. Kommen wir mal wieder zu einer Sohren. Ja. Ähm, zur Phönixfrucht. Oh. Die Phönixfrucht ist wirklich interessant, finde ich. Weil, so, wenn wir rein auf die Zerstörungskraft gucken, dann haben wir nicht so krasse Sachen mit der Phönixfrucht gesehen. Aber, wenn wir auf die Defensive gucken, dann fällt es mir schwer, gerade spontan, ähm, auf eine Frucht zu kommen, die heftigere Defensivfähigkeiten gezeigt hat. Also, generell scheint er damit, äh, ein Tank zu sein und er kann sich halt direkt heilen. Also, ich meine, gut, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, Ultra-Regeneration, fünf Weisen und so, die kann man vielleicht nennen, aber, ähm, das ist ja noch nicht bestätigt, dass das, ähm, äh, Teufelsfrucht sind. Also, so, wenn wir rein auf die Defensivfähigkeiten gucken, dann würde ich Marco auf jeden Fall, äh, ganz weit oben, äh, einschätzen, wenn nicht sogar auf Top 1. Und, ähm, dazu kommt dann halt auch, dass er fliegen kann, was, wie gesagt, für mich ein großer Pluspunkt ist. Äh, mystische Sohren, also, ja, ich würde sagen, äh, Marco sollte man auf jeden Fall, äh, mit in die Rechnung nehmen. und nur, weil ich sage, dass er jetzt nicht der krasseste in der Zerstörungskraft ist, will ich nicht ausschließen, ähm, beziehungsweise glaube auch, dass, äh, seine Teufelsfrucht ihn natürlich auch im Angriff pusht, ähm, aber nur halt nicht so signifikant, wie jetzt zum Beispiel, ähm, ja, ich weiß nicht, die Bebenfrucht das macht oder so. Ja, ich denke, die Fölixfrucht wurde in dem Sinne ein bisschen geschwächt, äh, als wir dann erfahren haben, dass das Feuer bei ihm halt nicht wirklich heiß ist, sondern halt, dass es eigentlich so eine angenehme Wärme hat, äh, oder sogar eine angenehme Kühle und dann halt auch eher so die Regeneration anderer Charaktere aufpusht, aber das ist ja auch wieder so ein Punkt, es ist eine der wenigen Teufelsrüchte, die halt auch, äh, eine, eine, eine Armee pushen kann, eine Armee regenerieren kann, er hat ja diese, äh, dieses Eis-Oni-Virus mit seinen Flammen aufgehalten oder beziehungsweise verlangsamt, damit sich diese ganzen Samurai, nicht direkt in diese Onis verwandeln, die sich dann gegenseitig abschlachten, ähm, ich denke, das sollte man halt wirklich in Betracht ziehen, wenn du halt wirklich viele Charaktere, äh, gleichzeitig halt nicht komplett heilen kannst, aber denen halt wieder neue Kräfte schenken kannst, dann macht das, äh, in einem großen Krieg, der uns ja auch noch bevorsteht, äh, einen wirklich, äh, krassen Unterschied und wir dürfen halt auch nicht, äh, auch einen Marco hat auf Marineford gezeigt, dass er halt ein Gegner für Admirele sein kann, die ihn halt eben auch nicht unterschätzen dürfen, ähm, ja, er hat vielleicht nicht die größte Angriffskraft, aber wenn wir vielleicht von den stärksten defensiven Früchten ausgehen, äh, und auch das ist ja eine Form von Stärke, dann, äh, muss die Phönixfrucht auf jeden Fall dabei sein, ähm, vor allem, weil er ja allein schon die passiven Effekte der Paramezia, äh, der Sohan hat natürlich, ähm, und die dann halt wahrscheinlich auch noch mal in vielerlei Hinsicht, äh, verstärkt werden. Ja, auf jeden Fall, also, ich muss auch sagen, Marco ist so ein Support, den ich auf jeden Fall gerne auf meiner Seite hätte, äh, in so einem, äh, Szenario, also, er kann heilen, er kann, äh, defensiv mal dazwischen gehen oder so, das ist schon, das ist schon, äh, ziemlich krass. Das ist, also generell, ich finde, so defensive Fähigkeiten können gerade in so einem Kriegsszenario, wie wir es im finalen Krieg wahrscheinlich haben werden, ähm, super nützlich sein. Also, auch die Barrierefrucht von Bartolomeo kann super nützlich werden. Ähm, deshalb, auf jeden Fall sagen, das ist zwar nicht so diese, ähm, Zerstörungskraftstärke, aber es ist auf jeden Fall eine Art von Stärke und deshalb würde ich Markus Frucht auf jeden Fall auch, äh, sehr weit oben einranken. Ja, äh, ich weiß nicht, ob ich sie ganz oben einrenken würde, aber ich denke, man sollte auf jeden Fall, diese auf den Schirm haben, wenn wir über die stärksten Teufelsfrüchte reden. Ähm, kommen wir mal, ich glaube, das ist dann auch die letzte Parameter, die ich ja auf der Liste habe, aber auch eine Teufelsfrucht, die halt viele Gesetze so ein bisschen auf den Kopf stellt und zwar die Operationsfrucht von Trafalgar Law. Wir haben ja eben schon ein bisschen über ihn gesprochen bezüglich Königshaki und die Operationsfrucht gibt dir halt so viele extreme Möglichkeiten, gerade innerhalb dieses Rooms und ich denke, es ist auch etwas, wo du starke Gegner verletzen kannst, ohne zwangsläufig halt Ruohaki einzusetzen und das ist vielleicht auch der absolute Counter gegen die ganzen Gorosei mit ihrer vielleicht Operation der ewigen Jugend, was ihnen diese Regeneration verspricht, weil vielleicht kann zumindestens Law diese Operation nicht rückgängig machen, aber vielleicht negieren für einen gewissen Zeitraum und ihnen halt trotzdem halt Schaden anrichten, vor allem halt von innen. Also gerade das Erwachen der OP-Frucht, wie er halt Big Mom halt auch eben mit diesem Groom angegriffen hat und ihr damit halt extrem Schaden gemacht hat, hat ja dann am Ende auch zu ihrer Niederlage geführt. Also ich find's krass. Ich mein, wir haben auch gesehen, dass Blackbeard da ordentlich unter die Räder gekommen ist teilweise und vielleicht den Kampf verloren hätte, womöglich, wenn er nicht Hilfe gehabt hätte und dann quasi blauäugig in diese Frucht hineingegangen ist. Also die Operationsfrucht. Ich glaube, sie heißt nicht umsonst OP-OP-Nomie, oder was denkst du? Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine Teufelsfrucht, die ich sehr weit oben einranken würde. Es ist, was Law damit machen kann, ist brutal. Ich meine, damals, als wir noch nicht wussten, wie du das kontern kannst, war es natürlich so, okay, wer soll Law besiegen? Das ist es jetzt nicht mehr, aber es ist halt immer noch eine der wirklich stärksten Teufelsfrüchte, die es überhaupt gibt. Vor allem, weil du auch so flexibel bist. Und wo wir über flexible Paramesia-Früchte sprechen, würde ich tatsächlich noch eine weitere nennen, und zwar die Tatzenfrucht von Kuma. Ja. Das ist so, das ist auch eine meiner Lieblings-Teufelsfrüchte, die ich so in Erwägung ziehen würde, wenn ich mir eine aussuchen müsste. Ich finde es halt super cool, wie flexibel die Frucht ist. Also erst mal mit seinem Ursus-Schock oder so, damit, das ist ein krasser Angriff, aber auch, dass er seine Erinnerungen ja quasi in diese Tatzenform machen kann, oder kannst du da reingehen und so, das ist eine super coole Fähigkeit, dass er Schmerzen aus dem Körper ziehen kann, und die dann selbst auf sich nehmen kann, oder andere Personen können die dann aufnehmen. Das ist halt super flexibel, was Kuma machen kann. Gefühlt, also, ja, ich weiß nicht, das ist einfach eine coole Teufelsfrucht. Wir haben gesehen, wie stark er ist, wir haben gesehen, wie viele Sachen er damit machen kann, das ist einfach eine krasse Frucht. Ja, also, ich finde auch, das mit den Erinnerungen ziemlich cool, aber es bringt dem Kampf halt nichts, dass du da in einem Kampf stehst und sagst, guck mal, ich hab jetzt meine Erinnerungen hier rausgetan, und dann denkt der Gegner sich Der schnitt die Erinnerungen vom Gegner. Ja. Auf einmal kann er gar nichts mehr machen. Auf einmal ist er in diesem Modus, wo Ruffy, weißt du, gegen Enel gekämpft hat, um Enels Haki zu umgehen, weißt du noch? Ja, gut, man weiß es nicht, ob das möglich ist. Es gibt ja auch so ein paar Beschränkungen, dass er jetzt nicht die Schmerzen aus sich herausziehen kann und dem Gegenüber einpflanzen kann. Der muss das ja schon dann irgendwo akzeptieren. Das ist nochmal so ein Thema, aber was du jetzt nicht genannt hast, ist, man kann sich halt sehr schnell damit fortbewegen, zumindest von Ort zu Ort, und das bringt dir halt einen großen Vorteil, jetzt abgesehen mal von der Redline, die da irgendwie in gewisser Weise ein Problem darstellt, was wir auch noch nicht so ganz geklärt haben, hundertprozentig, aber du hast natürlich recht, die Zerstörungskraft ist halt enorm, weil du halt große Zerstörung auch auf eine kleine Tatze halt konzentrieren kannst. Das ist ja der Punkt des Ursos-Schocks. Man nimmt sehr viel Luft und konzentriert die auf ein sehr, sehr kleines Minimum und erschafft dann halt eigentlich quasi so eine, ich weiß nicht, wie soll ich das nennen, so eine Sauerstoffbombe. Kann man das so vielleicht in gewisser Weise setzen. Und es dauert natürlich. Wie bei der Magmafrucht, das ist natürlich eine eher langsame Frucht, wenn man das so möchte. Aber man kann halt auch Gegner einfach, wenn die nicht stark genug sind oder das abschütteln können, halt einfach auch komplett aus dem Spiel nehmen, indem man sie halt auf eine Reise schickt. Und dann ist der halt weg, der Gegner. Und gerade in einem großen Krieg kann das entscheidend sein, wenn auf einmal zwei, drei Charaktere, die eigentlich zu einer Verteidigung oder zum Angriff gedacht sind, auf einmal halt für drei Tage ausgeschaltet sind. Also jetzt nochmal so eine Richtlinie, drei Tage, das können jetzt auch nur einen Tag sein oder sieben Wochen, je nachdem, wo er sie hinschickt. Von daher ist das schon sehr, sehr juttelig, diese Teufelsfrucht. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, und er kann ja auch, was wir auch gesehen haben, als Zorro ihn angegriffen hat, wie er den Schwertangriff einfach mit seiner Tatze reflektiert hat. Das ist ja auch, also der kann die Frucht im Angriff benutzen, in der Verteidigung benutzen und er kann halt Sachen mit diesen Erinnerungen machen und so, er kann Leute weg teleportieren. Also es ist halt extrem flexibel, was Kuma damit alles machen kann. Definitiv. Ja, kommen wir zu einer weiteren Soan, wo wir lange Zeit dachten, es wäre eine Paramezia. Ja, wir müssen über sie sprechen und zwar die Mensch-Mensch-Frucht-Modell Nika. Ja, viele hassen diese Teufelsfrucht, weil es ja natürlich sehr, sehr lächerlich wird. Man wird ja quasi zu einer Comic-Figur, einer Cartoon-Figur, was Oda natürlich auch beabsichtigt hat. Ich finde, mir macht das jetzt nicht so viel aus. Klar, ich kann das verstehen, es ist ein bisschen Disrespect gegen starke Gegner teilweise. es wirkt manchmal völlig random und man fragt sich natürlich, was ist, wenn es halt mal eine wirklich traurige Situation kommt. Haben wir dann Ruffy, der da einfach lacht? Aber ich denke, dann wird Ruffy nicht lachen. Dann werden wir wahrscheinlich eher doch diese epischen Nika sehen, den wir ja auch hier und da mal gesehen haben. Das ist halt der Punkt, auf den ich ansprechen möchte. Aber wir haben gesehen, was mit dieser möglich ist und es sind noch viel mehr Dinge möglich, weil das haben die Gorosei selbst gesagt, alles, was er sich irgendwie vorstellen kann, was er natürlich innerhalb dieser Teufelsfrucht tun kann, kann er halt eben auch tun. Es ist jetzt nicht so, dass er sich auf einmal in Wasser verwandeln kann oder sonst irgendwas, den Aggregatzustand ändern kann, aber innerhalb seiner Cartoon-Toonworld-mäßige Sachen sind ihm da halt kaum bis gar keine Grenzen gesetzt und wir merken halt auch, dass er an diesen ganzen Soan-Vorteilen halt ebenfalls profitiert. Was für mich auch das Schönste an dieser Frucht war oder das Ändern von der Paramezia zu Soan, dass das halt in der Vergangenheit von One Piece vieles erklären lässt, dass Ruffy halt diese extreme Ausdauer hatte, diese Regeneration, dass er schnell wieder fit war. Auch das mit dem Essen wird wahrscheinlich erklärt, was ja auch für viele gerade so ein bisschen ein rotes Tuch ist, dass Ruffy ja mit ein bisschen Essen wieder auf dem Level kommt. Ich habe das mal vor kurzem angesprochen, dass man das vielleicht aus einer falschen Sicht sieht. Dass Ruffy hier kein Buff-Food hat, sondern halt etwas, was er tun muss, um die Nachteile der Nika-Frucht, also vielleicht einen sehr hohen Verbrauch von von Nährstoffen halt wieder zu kompensieren. Weil das wurde ja im Kampf gegen Katakuri gesagt, als Ruffy sich auch wieder so fett gefressen hatte und dann halt mal kurz weggerannt ist und wieder zurückkam, dass er einen extrem schnellen Metabolismus hat. Und vielleicht liegt das halt eben auch an der Nika-Frucht und dass ihm dann halt die Energie ab einem gewissen Punkt, nach einem gewissen Zeitfenster, je nachdem, wie trainiert die Teufelsrucht ist, ich will das nicht irgendwie auf 10 Minuten festlegen, dann halt einfach gezwungen ist, wieder neue Energie zu tanken, die er selbst nicht mehr aufbauen kann. Weil, wenn wir uns andere krasse Soan-Teufelsfrüchte ansehen, wie die Frucht von Marco, über die wir gesprochen haben, wie die Frucht von Kaido, die mussten nichts essen und haben sich dadurch regeneriert, aber die hatten auch nicht diesen Downfall, den Ruffy hier und dort halt eben noch hat. Also klar, das kann auch darauf hinzuweisen, dass er diese Awakening noch nicht so wirklich drauf hat. Kit und Law haben das ja auch thematisiert, dass du dadurch extrem viel Ausdauer verbrauchst, was unnötig ist, weshalb das so ein bisschen risikohaft ist. Aber was denkst du? Also erstmal, ich bin ein riesen Gear 5 Fan, das erstmal vorab. Und dann, ich denke schon, dass es so sein wird, dass Ruffy später, wenn er Gear 5 besser kontrolliert, längere Zeiten ohne Essen ausharren kann. Und ich kann auch verstehen, dass man sagt, so, ja, er muss essen, weil er viel Energie verbrennt und so. Aber letzten Endes ist es schon sehr nützlich für Oda. Also das können wir schon mal festhalten. Wenn Oda will, dass Ruffy gerade mal essen muss, dann macht er das. Wenn er will, dass Ruffy gerade mal nicht essen muss, dann macht er das. Wenn Oda will, dass Ruffy Essen kriegt, dann macht er das irgendwie. Wenn er will, dass er kein Essen kriegt, dann macht er auch das irgendwie. Also das ist schon sehr nützlich für Oda. Trotzdem verstehe ich deinen Punkt. Also das will ich gar nicht absprechen. Und ich finde auch, dass man das durchaus interessant in die Story einbauen oder mit dem Narrativ verknüpfen kann. Also beispielsweise jetzt mit dieser Notfallnahrung der Riesen. Das finde ich zum Beispiel ganz interessant. Erst dachte ich mir so, boah, weiß ich nicht. Aber als ich dann so darüber nachgedacht, fand ich es eigentlich interessant, weil es besteht halt die Möglichkeit, weil wir auch wissen, dass die Riesen an den Sonnengott glauben, dass sie damals überhaupt erst angefangen haben, diese Notfallnahrung mit sich rumzutragen, weil Nika vielleicht immer Essen brauchte, weil er immer hungrig war oder so. Also so kann man das vielleicht schon ganz gut verknüpfen und dann sehe ich auf jeden Fall auch Vorteile von dieser Aber kommen wir jetzt mal zum Powerlevel der Frucht. Und da würde ich sagen, Ruffy sind halt wirklich keine Grenzen gesetzt. Und wenn er, gerade wenn er das mit der Ausdauer in den Griff kriegt, dann denke ich, dass man auf jeden Fall den Take machen kann, dass Ruffys Teufelsfrucht die stärkste Teufelsfrucht ist. auf der anderen Seite würde ich mich schwer damit tun, die Frucht auf Nummer 1 zu ranken. Zumindest wenn wir generell sprechen. Wenn wir sagen, okay, ein Ruffy hat diese Frucht, ein Joyboy hat diese Frucht, ja, dann würde ich tatsächlich sagen, ja gut, dann kann ich verstehen, warum man die Frucht auf 1 rankt, würde sie vielleicht sogar selbst auf 1 ranken. Aber, wenn irgendein Normalo die Frucht hat, dann ist die Frucht nicht krass. Also, wir haben gesehen, wie Ruffy, und Ruffy ist derjenige, der zu Joyboy geworden ist, wie lange er gebraucht hat, um die Frucht zu verstehen. Das ist eigentlich nicht der Fall, wenn jemand eine Teufelsfrucht ist. Der ist eigentlich so, ja, okay, ich kann das und das machen. Klar, der kann immer noch besser werden, aber zumindest so ein Grundlevel hat der schon drauf. Das war bei Ruffy halt absolut nicht der Fall. Und selbst dann, nachdem Ruffy die Frucht Jahre hatte und trainiert hat, war er immer noch nicht so krass mit seiner Frucht. Also, er war schon kreativ damit, das steht außer Frage, aber so richtig vorgeprescht im Stärkelevel ist er erst dann, als er Gear 2 und so und Gear 3 freigeschaltet hat und dann später mit Gear 4. Aber das ist halt ein extrem langer Weg und wenn du nicht so kreativ wie Ruffy bist, dann, ja, dann ist die Frucht vielleicht nicht extrem schlecht, sobald du sie einmal eben auf diesem Grundlevel hast, aber es ist jetzt auch nicht überkrass. Weißt du, was ich meine? Ich bin da voll bei dir. Das wären auch jetzt Argumente gewesen, die ich sage, weil ich würde einfach sagen, die Nika-Frucht ist vielleicht die schwerste Frucht, weil du hast nicht nur den Nachteil wahrscheinlich mit der Nahrungsaufnahme, die dadurch extrem natürlich beschleunigt wird, dass du mehr Nahrung brauchst als normal, vor allem halt, wenn du dich verausgabst in einem Kampf, kann halt sein, dass dein Essenslevel halt direkt down ist und dass der Körper dich dann halt auch wissen lässt. Ich meine, das waren auch dann im Anfang die Nachteile, wie das ihm dann das Haki ausging bei Gear 4 oder halt, dass er nach Gear 3 erstmal zu so einem kleinen Knirps geworden ist oder halt auch, dass Gear 2 nicht so gut war am Anfang zumindest und da auch ein bisschen auf seinen Körper geschlagen hat. Aber du hast vollkommen recht, ja, jeder andere Charakter könnte mit dieser Teufelsfrucht nichts anfangen. Ich denke, das ist auch eine Sache, wo man der Weltregierung vielleicht die Lanze halten kann zu sagen, warum haben sie nicht direkt gegen Ruffy was unternommen, als sie wussten, er hat die Gummifrucht. Weil sie halt diese Möglichkeit, dass er das schafft, sie zu erwecken, dass das so gering ist. Die Möglichkeit passiert halt nicht. Wie viele Leute hatten in der Vergangenheit die Gummifrucht, wo es halt nie irgendwas passiert ist, außer damals halt bei Joy Boy. Weil es wurde ja auch gesagt, um diese Frucht zu erwecken, musst du halt im Einklang sein mit Nika. Du musst ja wirklich buchstäblich zu Nika werden, die vielleicht selben Ideale verfolgen, die Nika verfolgt hat. Und das haben halt bisher nur Joy Boy und Ruffy halt wirklich in der Vergangenheit geschafft. Jeder andere hätte es nicht geschafft. Wir hatten ja die Szene in Dressrosa, wo Jesus Burgess versucht hat, die Teufelsfrucht von Ruffy sich zu ergaunern. Ich glaube, wenn er sie gegessen hätte, wenn er sie für sich selbst haben wollte, er hätte es nicht geschafft. Dann hätten wir Jesus Burgess mit der Gummifrucht gehabt und hätten nie Jesus Burgess Nika gesehen. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass das witzig ausgesehen hätte. Das ist halt dieses Thema dahinter. Erwachen ist halt trotzdem immer noch ein sehr großes Feld, was wir noch zu wenig beleuchtet haben, weil das halt auch gefühlt in alle Richtungen gehen kann. Ja, hast du noch eine Teufelsfrucht? Weil ich habe noch eine und dann fünf Stück, dann wären wir wahrscheinlich genau bei 20. Ja, ich habe noch eine weitere Teufelsfrucht, die ich auf jeden Fall nennen wollte. Und zwar die Seelenfrucht von Big Mom. Auch die Frucht finde ich brutal, wenn du ihr Potenzial ausschöpfen kannst. Also ich meine, wir haben gesehen, was Big Mom damit machen konnte. Das ist schon sehr, sehr, sehr heftig. Aber, und ich will jetzt nicht so detailliert auf die Frucht eingehen, wie jetzt gerade bei der Nika-Frucht, aber du hast halt einen ähnlichen Nachteil bei der Frucht. Und zwar, wenn du nicht furchteinflößend bist, dann ist die Frucht halt brutal genervt. Und deshalb würde ich sagen, wenn du einen Nutzer hast wie Big Mom oder auch wenn jetzt ein Kaido die Frucht gehabt hätte oder so, dann ist das auf jeden Fall eine Frucht, die ganz, ganz oben mitspielt. Wenn nicht, dann ist sie sicherlich immer noch nützlich, auch nützlicher als die Gummifrucht, wenn die Normalo die hat, aber nicht auf diesem Überlevel, würde ich sagen. Ja, also ich, ich hatte auch kurz über die Seelenfrucht überlegt. Ich fand sie am Ende auch halt nicht so krass. Du hast viele Utilis mit den Homies, die du erschaffen kannst, womit du halt quasi so eine kleine Privatarmee hast und die sind ja auch nicht zu unterschätzen. Also, vielleicht für die allerstärksten Charaktere kein Problem mehr, aber das war auch im Kampf Kaido gegen Big Mom Thema, dass man halt diese Homies wie Prometheus ausschalten musste oder halt wegsperren musste, damit sie halt Big Mom nicht mehr im Kampf unterstützen können, um sie halt so ein bisschen zu nerven. Also, da gebe ich dir schon recht, mit der Seelenfrucht lässt sich allerhand einstellen, aber ich finde sie jetzt nicht so die aller übertriebenste Teufelsfrucht und da sind wir nämlich bei der Teufelsfrucht, die ich nämlich jetzt noch nennen will, die ich auch nicht so extrem krass finde, aber viele Leute finden sie krass, deswegen müssen wir sie mit aufnehmen und zwar die Gasfrucht von Caesar Crone. Und ja, ich gebe den Leuten recht, man hat viele Möglichkeiten, man kann Sauerstoff abdrehen, man kann fliegen, man kann Feuer erzeugen, man kann Gift erzeugen und vielleicht ist das auch ein Thema, aber ich denke, es liegt vielleicht ein bisschen an Caesar Crone, dass wir da nicht das volle Potenzial wirklich entfaltet gesehen haben bei dieser Teufelsfrucht und wir hätten einfach mal einen richtig krassen Gegner damit sehen müssen, dann wäre die vielleicht krasser, ich stelle dir mal vor, einen Doflamingo mit der Gasfrucht, das wäre eine ganz andere Welt gewesen, kann ich mir vorstellen und ich sehe die vielen Möglichkeiten davon definitiv, also die Gasfrucht, ich denke, man kann ohne da irgendwie auf Gegenwehr zu stoßen, die unter die stärksten Teufelsrüchte ranken, oder siehst du das alles? Ich würde auch sagen, dass sie extrem nützlich ist und das gerade in den Fingern von jemandem wie Caesar, weil du damit ja auch wissenschaftlich wirklich viel machen kannst, also ich glaube auch in Vegapunk wäre mit der Frucht, hätte mit der Frucht gut umgehen können, jetzt nicht auf der kämpferischen Ebene, aber eben ein bisschen schwer, und apropos Vegapunk, die Frucht von Vegapunk können wir natürlich auch nennen, sie ist nicht kämpferisch, jetzt nicht wirklich stark, aber es ist schon eine wirklich nützliche Teufelsfrucht, also wenn wir rein von der Nützlichkeit her gehen, dann würde ich auf jeden Fall die von Caesar sehr weit oben einranken und die von Vegapunk auch. Ja gut, bei die von Vegapunk würde ich halt wieder sagen, die Gasfrucht, der ist ein absolut pazifistischer Mensch, der Vegapunk, er kämpft halt gar nicht, er sagt ja auch immer, das ist so lächerlich, dass ich mich gegen die Weltregierung stellen würde, er macht das halt nicht und die Gehirnfrucht ist vielleicht auch nur bei Vegapunk wirklich gut, jeder andere Charakter, stell dir mal vor, Ruffy mit der Gehirnfrucht, der nur Blödsinn im Kopf hat, da wird der Kopf wahrscheinlich nicht so wachsen wie bei Dr. Vegapunk, also das ist so ein Thema. Ja und dann, wir haben allround fünf, sechs Teufelsfrüchte, wo wir nicht wissen, ob es Teufelsfrüchte sind, das ist einmal Imo und die Gorosei, es wurde halt noch nicht bestätigt, aber ich denke, wir können es zusammenfassen, das sind schon krasse mystische Sohren-Teufelsfrüchte, die wir dort gesehen haben, vielleicht die eine mehr als die andere vom Sandwurm sind viele Leute enttäuscht, dafür finden alle den Itzomade ziemlich cool oder halt natürlich den Bagotsu, glaube ich, heißt er, der von Ethan Barone Venus Juru, das fährt, das beißt, haben wir im letzten Kapitel gesehen. Was sagst du dazu? Sind es Teufelsfrüchte? Müssen wir diese Diskussion eröffnen? Ich gehe stark davon aus. Also ich weiß, ich lasse da jetzt mal nicht zu tief reingehen, ich glaube ehrlich gesagt eher nicht, dass es Teufelsfrüchte, also ich glaube, es sind keine Teufelsfrüchte, aber nehmen wir sie jetzt mal hier mit rein, gehen wir davon aus, selbst wenn es keine sind, können wir sie auch mit reinnehmen, sagen wir es sind Albtraumfrüchte, nehmen wir sie trotzdem mit rein. Ich würde sagen, die fünf sind auf jeden Fall ganz oben mit dabei, wie du schon gesagt hast, man kann sagen, okay, der eine ist vielleicht stärker als der andere, aber letztlich sind das alles sehr, sehr krasse Fähigkeiten und ich meine, falls diese Ultra- Generation damit zusammenhängt, mit ihren Früchten, also dann, dann allein, da müssen wir sie alleine dafür schon ganz oben mit einbringen. Und dazu kommt natürlich, wir haben die Fähigkeit von Imu nicht gesehen, nur die Silhouette, aber ich denke mal, dass Imu die Fünf auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück übertreffen wird und was auch immer Imu haben wird, ich glaube, Imu wird neben Joyboy, also neben Ruffys Frucht, die krasseste Teufelsfrucht haben. Also klar, vielleicht kannst du noch irgendwie die von Blackbeard mit reinnehmen, so mit ihrem Effekt, wenn sie wirklich mehrere Teufelsfrüchte, wenn sie es wirklich ermöglicht, das ist auch nochmal so eine spezielle Teufelsfrucht. Also wie gesagt, wir haben ja schon über die Stärke von Blackbeard Frucht gesprochen und ich würde sie gar nicht mal so ins absolute Top-Tier packen, aber sie ist halt trotzdem sehr besonders und ich glaube, Imus Frucht wird eine der besondersten Früchte sein, wenn er denn eine Teufelsfrucht hat und ich denke auch, dass sie eine der allerstärksten Teufelsfrüchte sein wird. Ja, alleine aus dem Aspekt, dass er vermutlich der allerletzte Gegner in One Piece wird, muss das natürlich etwas sein, was vielleicht nicht alles, was vorher war, übertrifft, aber zumindestens dem gleichkommt. Deswegen, kommen wir mal zum Abschluss am Ende und machen mal vielleicht unser persönliches Ranking der Top-5 Teufelsfrüchte, wo wir sagen, das sind definitiv die stärksten Teufelsfrüchte, die wir gerade in One Piece haben. Was wären deine Top-5? Sehen wir jetzt die von den Fünf Weißen mit und Imu? Ich würde sagen, die lassen wir mal weg, weil wir eben halt noch nicht wissen, ob es Teufelsfrüchte sind und wenn ja, haben wir wahrscheinlich auch zu wenig davon gesehen. Okay, dann hau ich Ruffys auf die Eins, wenn Ruffy sie hat oder Joyboy. Wenn nicht, dann komplett raus aus der Liste. Gehen wir es mal davon aus. Dann kommt die Magmafrucht, würde ich sagen. Tue ich die Magmafrucht auf die Zwei? Ich überlege zwischen der Magmafrucht und der Donnerfrucht, muss ich sagen. Ich sehe den Vorteil mehr, dass die Donnerfrucht flexibler ist, weil du halt schneller bist, weil du halt auch, du kannst halt gezielt angreifen aus der Distanz, im Nahkampf und so weiter. Sehr schnell alles. Aber ich würde trotzdem die Magmafrucht auf die Zwei tun, dann die Donnerfrucht auf die Drei, dann die, na dann würde ich sagen die Bebenfrucht auf die Vier und dann ja, was kommt dann auf die Fünf? Azurdrachenfrucht, Vierfrucht, irgendwie sowas. Sagen wir mal Gefrierfrucht auf die Fünf und dann Azurdrachenfrucht auf die Sechs. Ich nehme jetzt mal Sechs, weil Ruffys Frucht so. Ja, bei mir sieht's ganz ähnlich aus. Also ich würde, sagen wir mal so, der Azurd, blaue Drache und Nika zusammen auf Fünf. Warum Nika auf Fünf? Wir haben Argumente gebracht, ich sehe da einige Probleme bei dieser Teufelsfrucht, vor allem halt das Problem, nur Ruffy ist in der Lage, diese zu nutzen, das heißt, jeder andere Charakter hätte davon halt eben nichts und dann müssten wir halt wieder über die Gummifrucht per se sprechen. Das wertet diese Teufelsfrucht halt eben ab. Klar, was Ruffy damit macht, ist fantastisch und dann müssen wir das halt auch so einsehen, aber ich denke, auch da bleibt uns noch ein bisschen ausstehend, was die Nachteile betrifft, gerade diese Essensaufnahme. Auf Platz vier landet für mich die Eisfrucht, wegen halt vielen Schwächen, die ausgeglichen werden, viele Kämpfe, die halt instant beendet werden können und auch halt einfach die Möglichkeiten, also die dadurch halt möglich sind. Auf Platz drei die Donnerfrucht. Bei mir, sie ist schon super stark. Ich finde, das Schönste ist immer noch diese Verstärkung des Observationshakis. Ich hätte gerne mal gesehen, wie ein Charakter wie Katakuri oder Shanks, den du ja auch genannt hast, also wirklicher Meister des Observationshakis, diese Teufelsfrucht eingesetzt hätten. Auf Platz zwei landet bei mir die Bebenfrucht. Ich denke, unabhängig davon, dass Oda ja auch gesagt hat, dass sie eine der stärksten Früchte ist und Sengok gesagt hat, dass sie die Welt zerstören kann, man wird nicht ohne Grund Blackbeard diese Frucht auch zugegeben haben, weil zum einen war diese Teufelsfrucht auch größtenteils dafür verantwortlich, dass die ehemaligen Whitebeard-Piraten gegen die Blackbeard-Piraten gescheitert sind in diesem Vergeltungskrieg. Das hat Marco selbst gesagt. Aber zum anderen, Blackbeard genauso wie Imu ist einer dieser Gegner, die noch kommen werden und die halt das alles nochmal brechen werden. Stellt sich halt die Frage, wie viel Effekt hat die Bebenfrucht auf die Nika-Frucht, der ja aus Gummi besteht. Vielleicht ist das tatsächlich auch wieder so ein Counter. Vielleicht nicht so krass wie bei der Donnerfrucht. Aber ich bin schon gespannt, wie dieser Kampf am Ende gezeigt werden wird. Und auf Platz eins ist für mich die Magma-Frucht. Also da haben wir halt nicht nur die bestätigt größte Zerstörungskraft von Oda selbst, sondern halt auch eben diese Verteidigung, die wir beispielsweise auch bei der Giftfrucht haben. Du kannst deinen ganzen Körper mit Magma umgeben. Wir haben vorhin mit den Meteoriten geredet. Das hat ja Akainu auch getan, damals auf Ohara, als er halt einfach diese Magma-Bomben nach oben gefeuert hat, die dann halt wie Meteoriten auf Ohara und auf das Schiff der Familien eingedroschen ist und die halt komplett zerstört hat. Also das heißt, du hast AOE, du hast Einzelschaden, du hast eine krasse Verteidigung, du bist ein Logia-Nutzer und hast diese passiven Logia-Effekte noch und die von Ohara bestätigt größte Zerstörungskraft. Deswegen ist für mich die Magma-Frucht eine der stärksten. Und wir haben ebenfalls das Argument, wie bei Blackbeard und Imu, dass Akainu halt eben noch ein Gegner für Ruffy sein könnte in der Zukunft. Auch wenn ich persönlich sage, mir wird es besser gefallen, Sabo wird der Gegner und Sabo besiegt ihn quasi um zu zeigen, dass Aisin hätte besiegen können mit mehr Zeit. Ja, das sehe ich genauso. Also ich hoffe auch, dass Sabo gegen Akainu kämpfen wird und ich sehe das auch eigentlich mehr als Ruffy, weil Ruffy wird halt im finalen Krieg gegen Imu kämpfen. Also der hat schon seinen großen Kampf im finalen Krieg und irgendwann steht dann auch noch Blackbeard an. Ich denke mal, das wird vorher sein, aber wer weiß. Und ja, apropos Blackbeard. Bei Blackbeard würde ich da vielleicht auch noch mal was zur Yami Yami no Mi zu sagen, haben wir gerade schon ein bisschen, aber ich würde halt wirklich sagen, für die Leute, die das vielleicht noch interessiert, dass die Frucht auch ganz oben mitspielen würde, wenn sie Blackbeard ermöglicht, zwei Teufelsfrüchte zu essen. Also dann würde ich sie vielleicht sogar so auf, ja, weiß nicht, wenn ich Ruffy auf der Eins habe, dann würde ich sie vielleicht auf die Zwei packen oder so. Aber nur dann. Sonst ist es eine gute Frucht, wirklich eine, die oben mitspielt, die auch gerade gegen Teufelsfruchtnutzer sehr nützlich sein kann, aber im Gesamtpaket eben dann doch nicht ganz in dieses Supreme Level gehört für mich. Also ich denke, ohne Probleme kann jede Teufelsfrucht, die wir in diesem Podcast genannt haben, in den Top Ten landen, vielleicht sogar in den Top Fünf. Da geht es natürlich ein bisschen um Populismus, da geht es ein bisschen um subjektive Meinung, die man hat. Ich denke, es gibt keine in dem Sinne wahre Antwort, wenn jeder findet ja seine Antwort selbst irgendwo und er sagt dann halt, hey, die Donnerfrucht, das ist für mich die stärkste, egal ob Oda sagt, dass die Zerstörungskraft davon stärker ist, denn auch zur Donnerfrucht wurde ja zumindest von Charakterenseite aus gesagt, dass sie die stärkste Teufelsfrucht ist, aber das sind Skypier Charaktere, die wissen so im Grunde gar nichts vom Blau mehr, muss man auch festhalten an der Stelle, aber jeder hat so seine Argumente dazu und deswegen sind wir auch gespannt, was für euch die stärksten Teufelsfrüchte sind, schreibt uns doch mal so eine Top 5 in die Kommentare, wir schauen uns das gerne mal an und bin mal gespannt, wie so die Stichprobe ausfallen wird, was ihr so als die stärksten Teufelsfrüchte anseht, ihr habt jetzt unsere Meinung gehört und wenn die euch gefallen hat oder allgemein ihr Lust habt auf mehr Podcasts, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und geht natürlich auch auf den Kanal von Badeku, lasst da gerne auch ein Abo und Likes und schaut euch ein paar Videos an, da denke ich, habt ihr eine gute Zeitverschwendung gefunden, wenn ihr das tut und in dem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören und ich bedanke mich natürlich bei dir, dass du dir wieder Zeit für uns genommen hast, mal ein wenig über die One Piece Welt zu diskutieren. In dem Sinne, ich wünsche euch noch eine angenehme und tolle Zeit, ich verabschiede mich, sage Ade und die letzten Worte von Badeku. Ja, freut mich, dass ich mal wieder hier am Start sein konnte, war wie immer sehr cool, ciao und bis zum nächsten Mal.